und hiermit herzlich willkommen zurück zu let's play super mario pros wonder im offscreen habe ich die kampfparty blumenarena auf 100 prozent gebracht die letzte münze also gesammelt war eine knappe kiste ich hatte 79 sekunden von 80 ich bin legit stolz auf mich und ich verhasse mich heute wieder so viel not you so sucht rätsel der iten sollte mehr machen jetzt haben wir ja genug zeit dafür elefant habe ich ja schon finde alle versteckten wunder marken wenn du sie alleine ich finde es suche zusammen mit freunden ja hallo so 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 ich sehe schon ich sehe schon da oben kommst lang so 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 Warum sind da Schiepschieps? Ich muss die Sache brechen. Tatsache. Ich krieg da für eine Münze. Hallo, ich würde irgendeine Münze haben. Hallo? Dankeschön. Das ist schon noch die klarste Fähigkeit. Ich glaube, ich mache zuerst die Ranke. Nein, das war so knapp. Warte, ich brauche bestimmt auch noch hier was zu. Ah, es ist schon. Ich brauche nur noch hier einer. Ah, Mist. Mist. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Nein, so knapp. Nein. 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 Das war wieder so knapp. Oh Gott, das wird anstrengend werden. Oh, ich habe es geschafft. Halleluja. Ja. Oh, ja. Sechs Minuten für das Löffel. Okay. Hier oben war ja noch das, da kommen wir noch nicht hin. Okay. Was haben wir? Was haben wir? Haben wir das schon? Hier haben wir das mal. Das ist ein Test. Okay, im Bereich der Rotumbas. Rotum. Okay, mach das kaputt. Ich habe kein Problem dazu. Oh Gott. So I gasped them with this. Oh Gott, das ist ein Schuss. Ja. Ja, hallo. Hallöschön. Das Ding sieht wackelig aus. Na, mal schubsen. Na, mal schubsen. So, dann. So, dann geht's. Hmm... So, weg mit dir. So, die müssen wissen, warum das denn machen? Hoppala. Aber es ist ja das gesammelt, oder? Pfff! Ich sehe, da ist eingesammelt, dass ich mir daher... Ich habe das doch schon eingesammelt, ne? Pfff! So! Ich bin ein Roller... Nice! Niiiis! Niiiioooo! Ui! Waaat! 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 Okay, das ist einfach, das mag ich. Wunderschön. Und dann gibt es hier in diesem Definition Secret Exit bei Dug. Komme ich nicht weiter, okay. Augen auf in der Blut Draco Ruine. Okay, und hier können wir auch weiter. Ich möchte zur anderen Seite, aber durch die Hitze des Magmas hier ist die Brücke zusammengebrochen. Ich werde die Brücke ja reparieren, aber es ist so heiß. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Brücken repariert. Hier, ich helfe dir, 50 Münzen. Toll, die Durststrecke hat ein Ende und ich kann mich endlich an die Reparatur machen. Sekunde. Kapau. Nicht schlecht. Jetzt ist die Brücke schon stabiler als zuvor, würde ich mal sagen. Was haben wir denn hier? Und 9. Möchte ich noch das Secret Exit suchen? Ich will mal sagen, das ist nochmal der nächsten Folge. Wir haben jetzt schon 15 Minuten. Ich muss noch andere Videos aufnehmen, damit ihr heute noch möglich kommt. Deswegen ist es heute jetzt mal eine etwas kürzere Folge. Dafür machen wir dann in der nächsten Folge dann ein bisschen mehr. Ich sage Dankeschön für's Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Mario Bros. 1. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Mario Bros.